ARD Text im Auftrag von Funk Wenn man davon trinkt, dann reißt man in der Zeit zurück. Kein Scheiß? Kein Scheiß. Ey, das flinkt absolut cool. Oh, warte so. Mach mal zwei, ich geb einen aus. Alles klar. Sohn. Prost. Jungen Tag, der Herr. Was kann es denn sein, bitte? Was hätten Sie hier? Oh, das ist mir, ich hätte gern was Besonderes. Was von gar was Besonderes. Tja, Leute, das geht jetzt schon seit Stunden so. Deshalb meine Warnung. Mütet euch von der kleinen, seltsamen Flasche. O olduğher. Tja, Leute. Vielen Dank.